So, hallo, willkommen zu Röcki. So, jetzt muss ich mich erstmal nochmal da oben messen. So, mir ist aufgefallen, ich muss diesen blöden Baum dann auch richtig zu Ende machen. Ich hab gedacht, ich war fertig, aber nö, hey, war ich nicht. So, als ob ich wieder einen Punkt gekriegt. Okay, den speichere ich aber gleich erstmal. Ähm, und zwar hier, speichern. B drücken. So, was nehm ich denn jetzt? Ditte? Oder? Er braucht auch eins. Hier, heute mach ich das. So. Bup, bup, bup. Das ist meins. Zack. So. Jetzt kommst du hier, dicker Monster, wieder. Bum, 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 bing, 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 bing. Das macht jetzt wieder ein bisschen Mut, wenn man sowas mitbekommt, dass man da völlig falsch war und dass man da hätte noch was machen müssen. Und jetzt muss ich diese Scheiße nochmal machen bis nach oben. Ey, wisst ihr, wie ich abkotze? Ich war froh, dass ich da nie wieder hin musste. Genau aus diesem Grund. Warte, ich da mal... Ey, ich hab da alles... Let's... Ey. Ey, wo... Nö. Kaktus-Po. Kaktus-Po. Ich bin ein kleiner Kaktus-Po. 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 Ich find's gut, dass wir jetzt einen Doppelsprung haben. Weil sonst wär ich echt... Und ich mach echt am Aurasch. So. Bup, 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 bup. Ja, wie gesagt, ja. Mäuschen. Zack. Blümchen, bin da. So. Und das speichere ich hier wieder. Ey, ich war so froh, dass ich diesen scheiß Kackbaum verlassen kann. Und da sagt man mir, ey, ich hab diesen Baum nicht fertig gemacht. Es ist... Sau geil. Kaktusbo. Bin ich wieder unten? Scheiße, ich bin nicht falsch gelaufen. Kaktusbo, Kaktusbo. Kaktusbo, Kaktusbo. Kaktusbo, Kaktusbo. So. Und hier da rüber. So. Auf ein neues. Ey, wenn ich überlege, ey, ich hab mich da letztens schon so, ey, überlange dran aufgehalten. Und jetzt wieder. Das ist doch echt zum Kotzen. Na gut, was soll's. Dann tun wir das halt eben noch einmal. Kaktusbo, Kaktusbo. Kaktusbo. Kaktusbo-Pöchen. Ohne Kaktusbo. Ich find das so toll, ey. Kaktusbo. So, dann noch einmal. Ey, ey, ich hab echt 40 Minuten letztens da reingesessen an diesem Scheiß-Kack-Waldtier-Baum-Drecks. Und jetzt muss ich das echt noch mal machen. Nur weil wegen Kaktusbo. Kaktusbo. Ja, was alte Kinderfilme oder Walt Disney-Filmchen so ein-Alet-Angetan haben. Hammer, 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 Hammer. Bup, 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 bup. Spring, Lotte, spring. 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 So, mit O. Lotte springen, Lotte springen. Und Lotte springt nicht. Und Lotte macht Kaktusbo. Lotte macht Kaktusbo. Da war ich zu schnell. So. So, 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 so. Bup, 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 bup. Das war zu schnell. Das war zu schnell. Und das war auch ein Kaktusarsch. Ich weiß, echt, es ist so nervig. Aber wer keinen Bock hat, das jetzt alles noch mal von vorne zu gucken, überspringt einfach die Folgen oder so. Irgendwann werde auch ich es geschafft haben. Ganz ehrlich. Ansonsten spiele ich das mal privat selber so ein bisschen. weiter, dass ihr nicht so viel drunter leiden müsst unter meiner Doofheit. Ganz ehrlich. Weil dafür kann ja echt nun keiner was. Dass ich so knete bin. Und das völlig versemmelt habe, dass da... Nein! Nein! Oh Mann, es kann doch nicht sein. Oh, es kann nicht sein. Wartet mal kurz. Zieht mal kurz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß, es ist langweilig, tausendmal die gleiche Szene zu sehen, aber da müsst ihr, so wie ich, leider durch. Mein Mann hat gerade gesagt, ich soll speichern, aber er weiß nicht, dass es nicht geht. Jetzt speichere ich, weil man keinen festen Boden unter sich hatte. So, jetzt muss ich da unten wieder rein. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Jetzt geht der Kacke, die Kacke, die wir letztes Mal auch schon hatten. So, ich bin hier erst mal wieder. Und jedes Mal stoße ich mir meinen Hintern an den Mist. Diese Scheiße. So. Nee, ich muss hier. Wenn ich jetzt hier reingehe, wo komme ich denn jetzt wieder hin? Wo bin ich denn? Da unten. Genau. Wenn ich jetzt hier wieder reinhe, komme ich wieder da hin. So, und jetzt muss ich hier wieder zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin. Da bin ich. Genau, und jetzt wissen wir wieder nicht, wo wir hin müssen. Okay, jetzt bin ich hier irgendwo, wo ich noch nicht war. Ich speichere mal. Zack. Und dann... Ich bin tot. Aber gut, da habe ich gespeichert. So, hier muss ich rein. Da muss ich... Da muss ich rein. Da muss ich rein. Und da muss ich rein. Ja. Aber wenn man tot ist, kann man da nicht rein. Das haben sie echt... Boah, das ist ja Aufregung pur am Abend hier. Hatte ich das ja ahnt, Alter? Ich sehe mich auch nicht, weil du musst so schnell reagieren. Ich sehe nicht, wo ich hinfalle. Ich sehe das nicht, wo ich hinfalle. Leute, ganz ehrlich, das ist ja hier noch übersichtlich vielleicht so ein bisschen, aber irgendwie... Das Spiel nervt mich gerade für die ab. So, jetzt falle ich da hin. Da sind Stacheln. Habe ich gerade mit dir gerecht. So. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Da. Weil ich da jetzt unten reinfalle. Was passiert denn denn? Also muss ich rüber oder so am besten. So. Und ich speicher. Flup. Gehe ich jetzt oben oder runter? Da bin ich. Links oder rechts? Also hier lang am besten. Jetzt gehe ich hier rein. Nee, da gehe ich jetzt gar nicht rein. Da geht es auch noch gar nicht lang. Ach, RT drücken. RT? Der ist jetzt weg. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Ich muss doch hier das Ding... Muss ich doch... So. Das sind Beier hier unten. Wenn ich jetzt hier lang gehe, was passiert denn? Dann komme ich da raus. Nö. Dann komme ich hier. Dann komme ich hier. Ich liebe es, ich liebe es schon wieder. Oder ich muss das wieder benutzen. Das kann natürlich möglich sein. Oder ich muss das Ding da reinschieben. Was kann ich das da? Jetzt ich hinterher am besten. Ich muss das Ding da rein. Egal, wie ich es gerade mache. Ach, so ist das. So ist das gemein. Gut. Jetzt müsste ich das nur nach oben leiten, das andere. Beziehungsweise da rüber. Genau so. Ey, da muss man echt noch nachdenken bei dem Scheiß. Ey, ich fasse es nicht. Jetzt komme ich da raus. So wie. Kristall mit und dann rüber. Okay, speichert. Automatisch. Gut. Die bleiben immer da, wenn man so... Die müssen da treffen, die Orenviecher, glaube ich. Ja, stehen bleiben vorne. Hm. Wunderbar. voll getroffen aber wie treffen die mich denn jetzt hier oben oder ich muss sie alle kaputt machen das kann natürlich möglich sein egal ich bin ja hier ja ist egal ist egal verstehe ich nicht wie das funktionieren soll egal wie ich mache ich mache es falsch egal wie ich mache ich mache es falsch es ist einfach so egal wie man es macht man macht immer falsch die sehen mich nicht die viecher so wenn das nächste ding jetzt rauskommt versuche ich mal mein glück komm raus gucken ob es jetzt richtig ist auf jeden fall haben wir schon ein bisschen was geschafft nur schade dass sie so kurz draußen sind nein 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 ich sterbe ich habe schon so einen fortschritt gemacht nun kommt doch mal was soll das denn versteckt euch doch nicht vor mir ja ausgenutscht irgendeins kommt jetzt so das weiß ich ach so na das läuft doch wie am schnirschen ich weg hier wo meins 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 Ey, das war ja mal völlig kacke gerade, Leute. Aber das brauche ich ja leider. Ach, scheiße. Gut. Zack. Ich darf da nicht rankommen. Jawohl. Jetzt muss ich aber irgendwie versuchen, aus dem Sprung dahin hoch. So, und jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich jetzt da hochkommen? Ach, heute opfern wir da. Dann springe ich da rein. Hä, wot, 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 wot. Nee, 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 nee. So. Nein! Oh, ich bin tot. Schon wieder. Gut, dass ich gespeichert habe. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Nein, scheiße. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam für den Kack. Echt ernsthaft. Boop, 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 boop. Ich hab's geschafft. So, rin hier. Rin da. Oh, jetzt bin ich schon wieder. Ich hab schon wieder nicht reagiert. So, nochmal. Nochmal. Zack. Das ist immer... Na, scheiße. Mann, hier hat das mein Problem. Ich bin zu lange da. Nochmal. Warum ich auch immer so weit nach vorne springen muss. Was sie kriegt. Was ist mir eher alt. Boop, boop, boop. Das kann doch nicht sein, oder? Ey, man würde ja auch immer... So. Mal nicht dahin geknallt. So. Jetzt muss ich da rein. So, jetzt muss ich nur abwarten, wann ich bereit bin. No, 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 no. Oh. Ich speichere hier erstmal, Leute. So, boop. Ich weiß nicht, was mich erwartet hier. Dann drück ich einfach mal. Ne, ich brauch vier. Gut. Wo muss ich jetzt rein? Da unten ist noch eins? Ne, da muss ich nicht rein. Ich glaube, ich muss... Hier rein. Alter, was war denn das für eine Kacke? So, also, ich fall da unten rein, komm da raus, muss da rein und irgendwie alle ganz kurios. Ähm, versuchen wir mal. Gut, erstmal schon mal gleich Kaktus-Poey kriegt wir. Das ist blendend. Kaktus-Poeychen. So, ruf hier. Speichern. Kaktus-Poeychen. Oh. Das nennt man Reaktion. Wo bin ich denn da unten? Muss ich hier wieder rein? Dann komm ich da rein. Ich hab die Tür geöffnet. Leute. Was sagst du denn dazu? Ich hab das geschafft. Ich hab die Tür geöffnet. Hammer. Aber ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Ich hab's ja ahnt. Was ist das denn für ein Blunder? Aber erst mal müsste ich irgendwie... Ich müsste da oben ran. Ja, irgendwie ruhig erst mal X. Ich hab das Stoßen erlernt. Mit Y. Sehr cool. Jetzt muss ich doch da irgendwie reinkommen und irgendwie hoch. Irgendwie ran und hoch, ran und hoch. Das ist gut. So ist es. So, speichern. Flup. Rein, da komm ich da raus. Dann muss ich runter. Runter, runter, runter. Den Tod machen, den Tod, den Tod, den Tod, den Tod, den Tod. So. Der ist tot. Oh, hier kann ich sowas nicht machen. Also das muss heiß. Dann muss ich nochmal. Die, 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 die. Peng, 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 peng. Puff, 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 peng, peng. Der ist tot. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Leute. Also warum generiert der sich denn schon wieder so schnell? Das ist echt mies. Der ist echt nur auf mich. Ich guck mal auf die Karte. Jetzt bin ich da unten wieder. Karte, Karte, Karte. Ja, hoch, 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 hoch. Irgendwie muss das... Karte. Da. Ach, wenn der ist, da rauf, spring. Gut, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Nun komm runter, Fetti. Der hat mich davor reingeschobst. Das ist unfair. Nee, scheiße. Jetzt liegt der da. Warum komme ich da nicht hoch? Wenn ich da schon drauf springe. Komm, bin ich hier irgendwo anders hochgeklettert? Nee. Ich muss doch irgendwie diesen komischen Supersprung haben. Ja, wenn die... So. Mein blöder Hund liegt hier auch schon wieder. Ach so, funktioniert das gut. Gut. Gut, da hole ich mir gleich mal das. Schön, dass man da auch gegenspringt. Jetzt muss ich das irgendwie... So. Jetzt muss ich nach da oben. Nee, ich muss unten stehen und dann nach oben zeigen. Das war nix. Ich komme da irgendwie nicht an. Ach, Mensch, ey. Ich stehe, glaube ich, zu weit unten. Ich glaube, ich müsste auf dem kleinen Hügel da stehen. Genau. Nee, auch nicht. Hm. Oder ich kriege es einfach nicht durch. Hip, hop, hip, 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 hopp, 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 hopp. Nee, das war dann. Nee. So, ich versuche es noch einmal, ansonsten werde ich diese Aufnahme beendern. Wir sind auf jeden Fall schon mal weitergekommen. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Gut, da hat man es doch geschafft, aber man ist auch gleich... So, jetzt wieder da runter eiern. Ich werde erstmal speichern. Okay, wir haben es mit Plunder normal machen. Ich schaffe das irgendwie nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Okay. 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 So, warten bis hier neu generiert ist. So. Aber das mit den Dingern verstehe ich das irgendwie noch nicht ganz so richtig. Bin ich ganz, ganz ehrlich. So, irgendwie muss man da immer irgendwie... Okay. So. So. Das habe ich. Aber wie das da oben? so. 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 Rüber, dann speichere ich jetzt erstmal. So. Speichern. So. 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 Ich glaube, ich muss rüber. Irgendwie will das nicht so ganz hinhauen. Das war zu tief. Bob. Muss ich aber irgendwie das hier noch hinkriegen. Obwohl, das ist eigentlich jetzt nicht so schlimm. Erstmal, vielleicht kriegt man das... Erstmal, dass ich weitergehe und speicher. Ich möchte speichern. Ich möchte das nicht so schlimm. Oh, ist das anstrengend, ganz ehrlich. So. Rüber. Speicher nochmal am besten. Weil kein Bock, das nochmal machen zu müssen. Och Gott, naja, jetzt sind die Fücher schon wieder da. Aber Gott sei Dank, wenn man da an denen nicht dran genug rangeht, dass die nicht spucken. Egal, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis, Danny. Tschüss.